Sunshine Live Live at Nature1 Hier ist Sunshine Live Spezial von Nature1, der zweite Tag. Mittlerweile haben wir es kurz nach halb zwölf. Und natürlich werden an so einem Tag auch immer die Gäste illustrer und illustrer. Giuseppe Ottaviani ist da. Guten Abend Giuseppe. Hallo, guten Abend. So, was denkst du über Fußball dieses Jahr? Sag mal, bitte. Können wir diese Konversation für heute? Ja, nicht über Luca Toni und die italienische Fußballteam. Und besonders über den Trainer. Aber, um ehrlich zu sein, warst du seit vier Jahren der Welt in Deutschland. Erinnerst du, dass du die gleiche Konversation hast? Ich weiß. In Berlin. Ja. Das war im Jahr 2006. Absolut. Aber es war absolut neu. Und du warst sehr glücklich und sehr Glück. Ich war da. Ja. Aber ich habe dir vier Jahre vorhin gesagt, es war okay, weil wir im Jahr 1990 gewinnen in Rome, in Italien, und jetzt in Deutschland gewinnen. Also, alles ist okay. Okay. So, zurück zur Musik. Giuseppe Ottaviani released sein Album seit ein paar Monaten. Ja, das war im September. Im September letzten Jahr. Also, ich fühle mich wie gestern. Du weißt? Oh, gut. Ja, sicher. Aber, ja. Eigentlich, weil es immer läuft. Ich spiele immer jede einzelne Track des Albums. Und es ist immer neu für mich. Aber gleichzeitig arbeiten wir auf so viel neue Sachen. Also, ich muss mal ganz kurz übersetzen, nachher zu translate. Also, wir haben eben mal ganz kurz über Fußball gespielt. Ich musste natürlich die kleine Spitze loswerden, dass die WM nicht so gut gelaufen ist für Italien. Ich habe gesagt, wir haben da 2006 bei der Love Roma schon mal drüber gesprochen gehabt, als wir live aus Berlin mit Paul van Duc übertragen haben. Einen Tag vor der Love Parade damals 2006. Da war Italien gerade Weltmeister in Deutschland. Wir waren es 1990 in Italien. Von daher war das alles wieder ausgeglichen. Und im September hat Giuseppe sein neues Album rausgebracht gehabt. G.O. Und, ja. Läuft immer noch. Und er spielt natürlich ganz viel davon. Giuseppe, ich spielte das Mayday in Poland letztes Jahr. Und ich spielte zwei Tracks vom Album. In meinem Set. Ich denke, auch ein Remix. Es war ein kleines Giuseppe Ottaviani-Remix-Set. Ja, weil es sind sehr gute Produktionen. Und, ja, ich habe einen favoriten Tracks, den ich heute spielte, auf meinem Klassik-Set. Oh, ja. Ich denke, ich weiß, welcher du meinst. Tell me. Ich denke, du spielst das? Nein, nein. Nicht das Remix. Nicht das Remix? Von deinem Album. Von meinem Album? Besonders. Die Intro ist unglaublich. Das ist meine Openung heute. All right. Ein Tag? Ja. Ich liebe es so viel. Ich liebe es so viel. Es ist so emotional. Und ich werde das Open mit diesem Tracks heute. Okay, cool. Because people like it. You know, I usually use this track to close my set. Okay. Okay, I will opening it. I will have the opening. That's good. Okay. Closing is also a good idea. I can change later on. Try it. So, when do you start tonight? It's gonna be 5 a.m. This is fucking bullshit. Fucking bullshit. Because we stopped at 5 o'clock. With the broadcast. I know. You know what? It's good. Because we're going to play a lot of new stuff. Okay. So, we need no permission. You are ready. You are, okay. So, it's no problem for us. Because I'm sure we will see us next in the studio in Mannheim. Aha. Okay. So, you will get all my new stuff there. I know. Because I have to translate. Also, Giuseppe ist ganz glücklich, dass wir ihn heute nicht übertragen können, weil er wird ganz, ganz viele neue Sachen spielen. Er ist ja ständig am Arbeiten und neue Sachen machen. Ich habe gerade gesagt, ich habe so einen favorite track von seinem Album G.O. Das ist One Day. Er hört damit auf. Ich wollte eigentlich heute Abend mit anfangen. Wir schauen einfach mal, ob wir es hinkriegen. Das Interessante bei Giuseppe ist, how long we know each other? Five years, six years. I don't know. A lot. Exactly, yeah. A lot. So, Giuseppe did absolutely amazing remix for Paul van Dijk. Aha. We are one. We are one. And when I play later on in the classic set, I don't only play classics. I need to play some good new stuff because it's… Sure. Yeah. You have to. It's your set for 32. You told me you play very new stuff today. You were in the studio last month? I was in the studio till yesterday, to be honest. Till yesterday? Yes. And… Especially for H1? Yeah. No. Okay. Let's be honest. Because if I have a really something new for a specific gig, I say… I mean, I always say the truth. But this track, it's a very new one and I play already in Ibiza last week. But I mean, it's been played just one time. This is going to be the second time. I'm sure… When you are back in Germany next time… Maybe… Maybe… I think in autumn you play at St. Tropolis. Yes. I think it would be a good… A good chance to have you in the studio again. Yeah, of course. Of course. And having a special show with you also. It's always a great place. Pleasure to stay there with you. Always. So… Thank you very much Giuseppe. You start at 5… What are you doing tonight? The next 5 hours here on the area on H1? You know, I came here very early because Phil and Perry were there. And you know, we are pretty good friends. So we stayed together and… It's like a family meeting all the years. Yeah, it's like a bandit family meeting. Phil and Perry are here. Jens is here from… And all the artists you know. And Jens from the office. So… Well, just stay here around. Get some food. Look around. Couple of drinks. Look around. Do an interview with you. Yes, absolutely. And wherever. I mean, just enjoy the party. You know, sometimes it's good. Also, er hat jetzt noch 5 Stunden Zeit bis zum Gig. Aber er genießt das einfach. Er ist auch nicht zum ersten Mal hier. Er geht mal zwischendurch was essen. Er trifft ja viele Leute die er kennt. So ein kleines Familientreffen auch. Und er den Künstlern auch. Wendet sind einige Leute hier. Viele von Perry sind da. Jens von Wendet Office. Giuseppe, I hope you have a much success. I'm absolutely sure. And it has a reason why you play at 5 o'clock. Because you're one of the main ex tonight. You have a very big fanbase in Germany also. Alright. And the people expect and are exciting to see you later on. Wow. Okay. Absolutely. I'm definitely looking forward to see all of them. I'm sure. I'm sure. I believe it. And in autumn when you play in October at Soundtropolis. Please, come to the studio. You're always invited. Absolutely. I'm looking forward to see you again in Germany. Alright. Absolutely no problem. Giuseppe Ottaviani from Italy. Later on the open air floor at 5 o'clock in the morning. Thank you very much for coming. Thanks a lot. See you later. Bye. Sunshine Life. Life at Nature One. Vielen Dank.